Jolo Freunde! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der No English Words Challenge zusammen mit dem lieben Fix! Hello! Heißt also, wir müssen ab dem Landen keine englischen Wörter mehr benutzen, falls wir es doch tun darf, der Gegner jeweils eine Zahl, also der andere, jeweils eine Zahl zwischen 1 und 5 sagen und aus dem Slot müssen wir dann das Item rauswerfen, falls wir da eins drin haben und ich muss mal kurz landen und ich kurz ein bisschen Outer machen. Man muss mich erhören, weißt du's? Ich hab dich schon auf plus 5 Dezibel. Lasst einen Daumen nach oben da, ja, ja. So, ich hoffe, Lautstärke passt jetzt. Ich hoffe, man hört die aber gar nicht. Ja, fällig auch gut, ey. So, okay, nee. Ich muss gerade überlegen, ob ich schon ein englisches Wort gesagt habe, aber ich glaube noch nicht. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Glaubst du? Falls wir ein englisches Wort sagen, ich gucke nicht runter, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich glaube, du wirst als erstes ein englisches Wort sagen, weil ich... Meinst du? ...bin der Meister, der keine englischen Wörter Herausforderungen... Friss meinen Schneemann! Oh, schau mal. Hey! Hast du noch mehr kleine Schilddränke? Oh, ein Goldener. Mein Goldener. Heißt, sind hier gar keine Gegner gelandet? Ich glaube nicht. Ah! Alter, ich schaff's nicht, die zu töten. Hat das Ding überhaupt Schaden an ihm? Oh, nein, das ist ein Gegner! Ich komme. Ich hüpfe. Nein! Nee, noch nicht. Hab ihn. Oh, nein, er hat einen Teampartner, der bei mir ist. Wie hast du bei dir? Ich versuch, die so ein bisschen aufzuhalten. Na, toll. Ich wollte fast ein englisches Wort sagen. Ich hasse dich gesagt. Ah, toll. Ich hab na toll gesagt. Hast du toll gemacht? Danke. Okay, wir sind versteckt, Chris. Ich glaub, wir werden gleich freigebuddelt. Oh, nein. Ah! Falscher Slot. Ja, das war der Falscheste. Nein! Ah! Du darfst einen an der Zahl sagen. Ja, okay, die mag ich nicht. Du hast mich erlöst von der doofen Waffe. Obwohl, damit hab ich den Tod gemacht. Hast du den Schlürfchen getrunken? Den hab ich noch hier bei mir. Blöden Zombies, äh. Aber was ist das deutsche Wort dafür? Untoter? Obwohl, doch. Du musst was rausjaffen. Wir sind jetzt heute mal streng. Äh, aus Slot 4. Du Idiot, Alter. Du hast schon wieder Gegenstands- Äh, gewalt gesagt. Verdammt. Gib mir wenigstens die Waffe. Och, komm, ja, nimm du die wenigstens. Aber die darfst du dann nicht nehmen. Doch, wieso? Ja, okay, dann nimm ich die. Du hast mir so eine goldene Maschinenpistole rausgeschmissen. Ja, als ob ich das wissen würde. Ja, nimm egal. Die kann ich ja jetzt nehmen, ne? Oh, schick. Die muss ja bestraft werden, weißt du? Nimm dir einfach die, damit ich die nicht bekomme. Riss! Komm, wir suchen Gegner. Ich muss mich mehr konzentrieren. Schon viel zu viele Englische weitergesagt. Och, schützt er auf mich? Bei dem Polizeiauto? Das sind zwei. Hallo. 20 Schaden. Abhin tot. Sein Teampartner ist da. Abhin auch tot. Haha. Hast du beide schon? Yes. Schade. Ich bin die Tötungsmaschine. Okay, aber sie hatten ganz gute, ganz gutes, äh, ganz gute Ausrüstungsgegenstände. Ich wollte fast, fast das englische Wort sagen. Hast du Raketen für mich? Ja, vier Stück, aber die brauche ich selber. Doch mal bitte. Für was brauchst du die? Einfach nur so. Ich mag die. Ich schleudere die auf die Gegner. Gib mir die jetzt. Nein. Ich habe selber einen Raketenwerfer. Aber wie viele Raketen hast du? Das sage ich dir nicht. Ich hätte dir, wenn du mehr hast, äh, weniger hast, dann hätte ich dir welche abgegeben. Eine habe ich. Okay. Dann hast du nicht. Ich habe nur die. Ich kann nicht nachladen. Ich glaube dir nicht. Ich habe nur eine. Du träumst mich. Du bist so ein Egoist, ey. Was soll denn das? Ich glaube, ich habe einen Gegner gesehen. Voll einfach, keine englischen Wörter zu sagen gerade. Ich wette, wir haben schon so viele Wörter gesagt, wir haben es nur nicht gemerkt. Die ganzen Kommentare sind voll mit, ey, an der Stelle hast du das gesagt, an der Stelle hast du das gesagt. Glaube ich nicht. Profi geworden, weißt du? Ja, aber ich vielleicht nicht. Da hinten leuchtet was. Weißt du, was da leuchtet? Ja, diese Steine, oder? Ja. Mir ist nichts Lustiges eingefallen. Wow. Ich wollte dich irgendwie dessen. Ist das nicht ein englisches Wort? Au. Ja. Zacken Zahl. Drei. Nein, oder? Was ist es? Hast du drei gesagt? Ja. Du hast doch bestimmt zwei gesagt. Nein, drei. Oh man. Brauchst du die Raketen noch? Hä? Brauchst du die Raketen trotzdem noch? Ja, ja. Was war's? Nix. Hier oben ist ein Automat. Deswegen meine ich nur. Gar war das. Oh, 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 oh. Ich hatte abgeschossen von irgendwo und ich habe mich nicht gesehen von wo. Was? Wurde es abgeschossen? Ja. Ich konnte die Gegner noch nicht erspähen. Es liegt, glaube ich, auch da, dass es einfach so unendlich neblig ist. Hä? Aber warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Keine Ahnung. Warum ist hier so neblig? Oh, der Nebel ist weg. Oh, da hinten ist ein Gegner. Richtung 23. 23. Was eine Aussage. Ach, fast so gut. Ein 90er Treffer. Ist der in dem Haus drin? Ne, da hinten kämpft er gegen die Zombies. Ah, Zombie hab ich jetzt auch wieder gesagt, ne? Oh, der Trottel, ey. Ich sag eins. Oh. Danke. Neh mich gerne. Die rennen alle nur weg und kämpfen gegen die Zombies, ey. Was soll denn das? Treffer, 100 Schaden. Ah, blöd Zombie. Nein, verdammt. Zwei. Zwei? Hier, kriegst du einen großen Schild rein. Kann der große Untote mich mal in Ruhe lassen? Der Blumen ist auch so richtig auf meiner Seite. Was ist auf deiner Seite? Was? Ja, sag an, los. Nein. Du hast keinen englischen Mörder sagen. Ja, das ist mir auch bewusst. Warum renn die um mir daher? Weil du so schlecht bist? Ah! Verdient. Kleine Schelle bekommen dafür. Vor allem hänge ich richtig wenige Tötungen in dieser Runde. Wenige Tötungen? Ich hab fünf Tötungen. Und du? Eine Tötung. Eine Tötung. Boah, wieso hast du eine Tötung? Vor allen Dingen, warum sind wir nicht Eliminierung oder so? Nein, Tötung. Ich hab zwei Trampoline dabei. Ich bin richtig gut in der keinen englischen Wörter-Ausforderung gerade. Hier ist, hier ist ein Riss. Lass mit dem... Oh, ich hab meinen mal verliegen lassen. Okay, ich hatte einen Gegner gesehen, der hinter uns. Vielleicht ist er hier irgendwo in die Richtung des Südens. In die Richtung des Südens. Oh ja, unter mir. Ja? Ja. Ich komme. Zwei Gegner. Ich hab leider meinen... Ja, ich mach auch mit. Der schaut fast aus wie so ein Untoter. Oh, er hat den Riss benutzt. Oh, sein Teampartner, der Arme. Oh doch. Oh Gott. Oh Gott, bin ich... Nein. Bauer dich ein. Was bist du? Ich sag mal zwei. Nein, ich hab nicht... Ich hab nicht das Wort gesagt. Naja, aber fast. Ja, okay. Okay, lass mich durchgehen. Nein, nein. Es ist okay. Ich hätt's ja gesagt, also. Ich hab mal zwei rausgerufen. Sind wir schon fair? Okay. Wissen wir? Ja, sag ein. Drei. Ich denk halt einfach nicht daran, dass wir diese Herausforderung gerade spielen. Magst du auf meiner Rakete reiten? What? What the fuck? Nee, danke. Jetzt nicht mehr. Schade. Klingt irgendwie ein bisschen kameran. Ja, das dachte ich auch gerade. Hier ist ein Trampolin und ich sehe Gegner. Schieß mit Raketen und dann lass uns fliegen. Bin bereit. Fliege! Ach, komm. Schade. Er hat mich einmal getroffen. Der hat ein weißes Leben. Hi. Kommt hinein. Oh, oh. Oh, sehr schön. Was ist denn hier los, ey? Das war doch schick. Ein gutes Spiel. Ein gutes Spiel? Ich hab alles Gold. Sehr gut. Oh, direkt vor mir. Ich hab keine Materialien mehr. Ich kann dir Materialien geben. Wenn sie Materialien bedürftigen. Bedürftigen? Ja, ich bedürftige. Kommen Sie hier. Bleiben Sie stehen. Hier, mein Freund. Oh, oh, oh. Danke. Direkt vor uns hier. Wo, 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 wo? Hier unten. Hier direkt am Hang des Hügels. Am Hügelhang. Da unten drin ist er. Okay. Ich muss ganz kurz mich auf eine volle Lebensanzeige bringen. Da oben Richtung Norden, Nordwesten, habe ich einen Gegner mit einem Scharfschützengewehr aus seinem Versteck eliminiert. Lassen Sie uns diese Gegner vernichten. Ja. Für die ultimative Vernichtung. Ich weiß nicht, was du denen schon... Das sind die letzten zwei Gegners hier. Wenn ich das richtig erspäht habe. Oh, ich sehe einen. Oh, noch einen. Habe einen, äh, eliminiert. Und da ist der andere. Wuhu. Nice. Jetzt kann ich das sagen. Nice. GG. Easy get wrecked. Jedes englische Wort raushauen. Schön. Wie viele Kids hast du gemacht? Elf. Und du? Sechs. Allein, ich habe acht. Was? Ah, ja. Ja, ich habe die scheiß Zombiezahl da. Oh, ey. Ja, auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne bei Fix vorbei. Und, äh, wenn ihr Bock habt auf weitere solche Challenges, schreibt uns gerne in die Kommentare. Tagt mich gerne als Creator ein. Einfach sie noch ins Creator-Tag-Feld reinschreiben. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.